In der 6. Gruppe des Periodensystems sind die Elemente Chrom, Molybden, Wolfram und das erstmals 1974 hergestellte Element 106 Siborgium enthalten. Die Gruppe wird auch nach dem ersten Mitglied als Chromgruppe bezeichnet. Alle Metalle aus der Gruppe weisen ähnliche chemische Eigenschaften auf. Molybden und Wolfram ähneln sich bei nahezu identischem Atomradius mit der stabilsten Oxidationsstufe plus 6 eher als Chrom. Mit der stabilsten Oxidationsstufe bei plus 3. Alle Mitglieder sind als hochschmelzende und hochsiedende Elemente wichtige Legierungsbestandteile. Wolfram ist das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt und dem zweithöchsten Siedepunkt. Die Metalle, Chromkristalle 99,999% plus, Kristallines Molybden 99,99% Aufgedampfte Wolframkristalle 99,98% Verwärts Daten und der Alpha Christoph. Verwärts von einem Aufgedruck und dem zweithöchsten Schmelzpunkt. Verwärts von einem langsamen Tem vowschmeldung wird ein paar Sekunden zu verwendet. Versorgungswein Line. Verwärts von einem прекрасigen Mann, die wir in den Ideen sind, Verwärts von einem einen 오래gen- und Grundschmeldung wird.